ja hallo und herzlich willkommen zur Go Home Woche wir beobachten nochmal Chris Jericho gegen Brody Tyson und damit ich sage bis gleich ich bin ich habe die Reaktion ab Prozent gut dann das Rivalen Event Brody Tyson Ich weiß, habt ihr auch so einen Namen da? Ist das jetzt so Standard, dass da drin ist? Oder ist das jetzt aufgrund meines Accounts irgendwie, dass da reinkommt? Keine Ahnung. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, falls ihr da Besseres wisst. Yeah. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Hinterfragt es einfach nicht. Hinterfragt es am besten nicht. Ich bin eigentlich nur Mr. Money Bank, kein Champion. Das hat wenige Impacts. Dann los geht's. Mit dem Match ist in der Home-Woche. Das heißt, bald kommt Battleground. Keine Ahnung. Naja, man weiß nicht. Man weiß es nicht. Gut. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Okay. Run-Ins gegen B-Pointer. Das altbekannte Duell, würde ich mal sagen. Dieses Duell haben wir schon oft gesehen. Oh. So late. Oh man. Das war nicht so schön. Oh. Holy shit. Was für eine Aktion. Nein, gut. Lass es gut sein. Zack. Oh, okay. Tatsächlich hat es nicht als negativen Konter gesehen. so. Moon-Zoll. Wunderbarer Moon-Zoll hier. So. Aber man sieht schon, wir werden hier viel rauszauern. Oh. Oh Gott. Und zwar von Rollins. Oh. Beides gekontert. Beides gekontert. Und 450. Dini T. So, nochmal V-50. Jawoll. Schön den Refrain nochmal attackiert. Dann haben wir den Teil auch mit integriert. Palm. But he sure is tough. I don't think this is how we envision this match going here tonight. And Michael, this could be the open. Palm. Powerbomb. It's been a pretty close battle up until now. Nobody has shown. And that was a huge counter. And he keeps up this pace. This could turn real ugly real fast. Oh Gott. Represents the future of WWE. All right counter. Nobody controls the pace of a match. Stunner. 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 Den kannst du nicht kontern. Stunner. Den kann man nicht kontern. Stunner. Weil er ist einfach Phenomenal. One. Two. Kick out. Wem war das nicht klar? Dass er auskicken wird. Gut. Die in die Rollins nicht lange verfolgen. Natürlich nicht. Oder Quatsch. Die meine Karriere nicht lange verfolgt haben. Nicht. Ob ihr Rollins folgt. Ich habe damit ja überhaupt nichts zu tun. Ähm. Ja. Gut. Soviel dazu. So. Piledriver. So. Piledriver. Rollins. So. So geht das. Perfektion sogar noch. Und zack. Jawoll. Und. Stunner. Ah. Aller wird Rollins auch auskicken. Ja. Nee, ich dachte es mir schon. Und nochmal ein Stiles Clash. So. Jetzt war es. Komm. Oh. Oh, der kickt dann auch aus. Der kickt noch aus. Ja. Nee, ich dachte es mir schon. Okay. Ja. 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 Ich habe es mir schon mehr für die Haus. Right on the button. So. Ja. 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 Oh. Hä, wieso konnte ich den jetzt nicht kontern? Oh Mann, ey. Aber so leicht lässt sich Mr. Money in the Bank nicht schlagen. Oh Mann. Los geht's. Jawohl. Ja. Wird's nicht gedacht, ne Rollins? So, come on. Come on. Ah. So. Was war das denn? Habt ihr das auch gesehen? Diesen komischen Back da. So. Come on. Stunner. Was ist das für ne dumme Scheiße? Ja, ist klar. So. So. Gut. Noch irgendwas. barmh die auf so und Body Slam. Steh auf. So. Zack. Dritter. Boom. Und noch mehr Dritter. Roll. Five. Stars. Vielleicht führt mal bald hier den sechsten Stern ein. Mal sehen. Time will tell. Aber ich glaube es ja nicht. Ich will sagen, oh, das wird übertrieben. So. Gut. Damit war es mit dem Match. So. Gut. Jo. Zeige es wohl Signatures. Das ist auch in Ordnung. ja für die immer nun zur Smackdown nach dem Wald in den nächsten der wir battleground um und noch ein Match Prozent 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 Probe auch wenn ich ehrlich bin um ich glaube ich habe eine richtig geile Idee wird glaube ich keinem gefallen aber wenn wir sehen auf jeden Fall erst mal Pro-Modell und wie soll es aussehen macht mal die Musik aus Zeit für was Ernstes ich muss euch was sagen und zwar klar und deutlich damit mich auch jeder hört alle vor dem Fernseher alle hier heute Abend in dieser tollen Stadt und alle hinter den Kulissen und die 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 meine Karriere in der WW war ja bisher recht erfolgreich aber es gibt einen Superstar der bisher nicht mit mir in den Ringsteinen wollte ich warte schon lange auf die Gelegenheit mich gegen diese Person zu beweisen und ich will diese Gelegenheit heute Abend nutzen so war doch richtig was ich gesagt habe bisher habe ich eine erfolgreiche Karriere gehabt ne ich muss mal einfach so ich konnte den ganzen Tag von ihm reden aber ich bin nicht so gut mit Worten also Christian warum kommst du nicht raus du wirst deine Foysters Regen übernehmen können oder besser ich schnapp mir den Metallstuhl oder den Vorschlaghaber oder komm erstmal raus Christian gehörst du bist du bereit für deine Tracht Prügel und du haste die 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 schnapp du Was du von wem andersherum an den Tisch gibt es einen Grund, warum ich hier draußen und sicher, ihr wollt alle gerne wissen was ich dazu sagen, weil ich muss jeden einzelnen von euch in dieser Arena mal ruhig sein und gut zu hören. Ja, wusstest du das? Mann ey, ich kann dir deine Wörter noch lange mehr hören ey, es geht mit deinem Kopf ab. Zeek. Kann man so sagen. So, ja, wahrscheinlich war es nicht die kreativste Idee, aber keine Ahnung, ich wollte einfach mal sowas ausprobieren. Vielleicht war es gut, vielleicht war es schlecht, ich weiß es nicht. Mal gucken. So. Come on. So. Wir sind in die Orten. Jetzt kriegst du mal eine Prachttrügel. Trügel. So. Gut. Ja, komm. So. Nein. Holt auf mich ein. So. Zack. Powerslam. Und. Jawoll. Jawoll. Schöner Mondsalt. Jawoll. Oh. Ach, schade. So kommen wir leider nicht blitzschnell kontern. Oh Gott. Oh mein Gott. Jawoll. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Na, Randy, dachtest du. Ich lass mich so leicht von dir besiegen. So. So. Eigentlich hab ich diese Aktion überhaupt nicht geplant. Oh gut. So. Dropkick. Direkt der Stunner hinterher. Und der. Styles Clash. Da ist er schon. Styles Clash. 1. 2. Da ist er. Oh es. So. Ja, wo ist. So. und wunderschöner vor 50 und brain was da brain was da so jawohl so stanna das war's doch komm 1 2 3 das war's wir haben ihn besiegt jawohl sehr schön und besiegt das läuft doch wie am Schnee schön war das nicht einfach Glorius kann man aber wir sind natürlich nicht so Glorius wie ein Bobby Root und aber das Match gegen Christian Brassen so die Matches okay wir haben was ist denn jetzt los keine Empfangsstörung ey jetzt hört mal auf das wird doch unlogisch das ist ich weiß nicht hört man das ey was ist denn scheiß gut war kurze Empfangsstörung das habe ich auch gerade selber gehört ich weiß nicht ob ihr es gehört habt aber wir haben den Opener nice okay dann verbessern wir uns noch auf und dann würde ich mal sagen hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder bis dann hören wir uns wieder würde ich mal behaupten so wo wollen wir das machen passt ja sehr schön gut dann würde ich mal sagen bis zur nächsten Folge haut rein und ciao